Und das mit den Küssen und so, das ist ja immer so nur passiert. Ja, ja, ja. Hier, spinnt doch. So, Annika. Benita. Wie geht's dir? Ja, es geht so. Ich bin so halb krank. Und deswegen, liebe Podcast-Zuhörer da draußen, auch diese Woche. Also gefühlt jede Woche jetzt die gleiche Sabbelei, aber wir sind leider schon wieder nicht zusammen. Weil letzte Woche war Benita krank, da wollte ich mich nicht anstecken. Und jetzt ist es umgekehrt. Ja, das ist wirklich sehr schade. Aber ich hoffe, du bist bald wieder fit. Und dafür erzähle ich dir jetzt eine schöne Geschichte von Köln 50667. Oh, das ist schön. Genau, weil wir machen nämlich, also das haben wir leider auch schon besprochen, aufgrund der Krankheit sozusagen gibt es eine Urlaub, wie eine Urlaubsfolge. Also Benita tanzt mir quasi arithmetisch vor, was letzte Woche bei Köln passiert ist. Und ich lasse mich überraschen und gebe meinen persönlichen Senf dazu. Mit Händen und Füßen. Und damit herzlich willkommen zum Köln 50667-Podcast. Hier sind Annika und Benita. Ihr seht, wir haben da richtig Dedication drin. Wir ziehen das einfach immer durch, egal ob erkältet oder krank oder Urlaub. Wir ziehen es durch in irgendeiner Form. Und deswegen kommt auch heute für euch eine superschöne Podcast-Folge. Annika, du wirst es nicht glauben, du hast so viel verpasst diese Woche. Aber werde ich es lieben oder werde ich erschrocken sein? Was ist meine Grundstimmung? Ich glaube, du wirst es ein bisschen lieben. Oh, Benita guckt schon so, dass ich total neugierig bin. Also dann bitte, bitte, bitte starte. Okay, ich möchte dich auch noch ein bisschen auf die Folter spannen mit dem ganz coolen Thema. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Wir fangen mal an mit einer sehr komplizierten Kiste, nämlich mit Maike, George und Lisa. Da war es dann nämlich diese Woche so, ihr wisst das ja, die Maike war ja immer noch nicht ehrlich zu Lisa und wir hatten auch recht. Das war nur so ein kurzer Schreckmoment. Okay, man dachte es nur. Genau, man dachte es nur. Eigentlich wollten die Mädels einfach im Hostel arbeiten und ein bisschen jobben. Und das dürfen sie jetzt tatsächlich auch. Und George hat da Maike wirklich unter die Arme gegriffen und weil sie war schon so ein bisschen einfach noch durch den Wind wegen der Lisa-Geschichte und hat sie getröstet und dam 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 merkt immer mehr, dass er sie eigentlich doch richtig, richtig gut findet. Richtig gut, nicht nur so oberflächlich, sondern so richtig. So richtig gut. Und dann will er es dir auch eigentlich sagen und der schleimt auch richtig krass rum und macht ihr die ganze Zeit Komplimente und sie haben so ein Gin-Tasting, haben auch wieder Sex. Ah, ich denke, Maike wollte keinen Sex mehr. Ja, aber sie waren dann betrunken vom Gin-Tasting. Ach so und dann, mein Gott, dann kommt eins zum anderen. Okay, ich verstehe. Dann denkt George so, nach dem Sex ist der perfekte Moment, um jemandem seine Liebe zu gestehen. Würdest du das unterschreiben? Warum nicht? Naja, also... Du denkst dir, nach dem Sex willst du erstmal nur fertig sein, einfach nur so chillen, schlafen. Da würde ich sagen, boah, das sind jetzt bestimmt nur die Endorphine. Erzähl mir das nochmal nüchtern. Also nüchtern ohne Endorphine. Okay, ja, okay, den Punkt verstehe ich total, was du meinst. Tatsächlich, ich würde sowas nicht ganz, also ich finde den Zeitpunkt okay, aber tatsächlich ich würde es nicht so ganz glauben können. Ganz genau. Ja, da gebe ich dir recht. Dengan sagt, ah, der ist jetzt so ein bisschen drunk on my ovaries. Ja, 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 okay, ja, okay, genau, ja. Ja, aber er macht es tatsächlich auch nicht, weil er immer wieder unterbrochen wird. Und dann sagt er, irgendwann holt er so, macht er wirklich richtig romantisch, zwei Gläser Wein, so schönes Licht und sagt dann, er will mit ihr reden und sie sagt, ja, ja, ich weiß schon, worum es geht. Du willst mir bestimmt wieder sagen, es ist nur casual. Ich weiß das, alles gut, ich komme damit klar. Ich bin jetzt auch inzwischen ganz froh darüber, weil ich habe mit Lisa gerade so viel im Kopf und mir kommt das gerade sowieso gar nicht gelegen. Ah, oh man. Und der gute George ist dann so, oh fuck. Ja, blöd. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Frage dann an dich, das ist doch etwas albern. Also an der Stelle, also wenn ich schon weiß, wenn du mir vor zwei Wochen die Liebe gestehst und sagst, Annika, du bist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will, gefühlt, dann denke ich mir noch so, nee, will ich ja gar nicht. Ja, ich weiß eben, aber deswegen jetzt rein nochmal trotzdem nochmal hypothetisch. Und stell dir mal vor, dann sozusagen, es vergehen ja jetzt nicht zwei Jahre, sondern es vergehen gerade mal zwei Wochen oder sowas. Und dann stelle ich doch fest, oh doch, möchte ich doch, dann kannst du mir doch erzählen, was du willst, wenn ich sage, okay, ich verstehe total, sei für deine Tochter da und dass du gerade struggle hast, ich möchte nur sagen, ich möchte dich gerne unterstützen und das nicht nur als Freund. Und deswegen, wenn du mich brauchst, ich bin jederzeit für dich da. Man hört auch voll die Maike interne, internal Monolog-Voice, die sagt, oh, ich kann meine Gefühle nicht so einfach abstellen, aber sie verkauft sie halt ganz gut. Und er, Männer glauben halt einfach oft das, was sie auch straight hören. Frauen sagen. Die interpretieren nicht so krass, weißt du? Und dann ist es eben noch so, Maike ist auch so ein bisschen so eine Übermutter auch, weil die Lisa ist ja auf Exkursion. Dann ruft Maike sie irgendwie an, da geht so ein Typ ans Telefon und stöhnt irgendwie ins Telefon und sagt, ja, Lisa ist nicht da. Und Maike kriegt voll den Anfall, macht sich mega die Sorgen, bis Lisa später anruft und sagt, ja, hä, mir geht's gut, das war irgendwie so ein Typ. Easy geklärt, aber die ist so gestresst. Dann gehen Sam und George noch mit ihr ins Spa und so. Also die wird so eine richtige, die muss jetzt so ihr Mama sein, nachholen. Aber das wollte ich gerade sagen, vielleicht, weil wir haben doch, wir haben doch schon so oft angekreidet, dass sie so eine, auch bei Wind, so eine Glucke war und bei allen anderen auch immer so im Kontrolletti. Aber das ist vielleicht dieser nicht ausgelebte Mutterinstinkt-Dasein, den sie da einfach kompensiert und deswegen zu allen anderen Leuten auch so ist. Trotzdem, ich finde George und Maike ziemlich cute. Ja. Man merkt halt auch, wie er so richtig ist. Wenn ich mich jemals wieder auf eine Beziehung einlasse, dann mit einer wie ihr oder mit ihr, sagt er. Oh, aber das wird doch noch was, ganz ehrlich. Ja, ja. Das ist eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Ja. Wie lange dauert es? Was schätzen wir? Nächste Woche. Ich hätte zwei gesagt. Okay, gut. Dann können wir ja sehen. Nächstes Drama. Also, es ist immer noch Drama zwischen Leo, Lilly und Nico. Nico. Also, es ist so. Pass auf. Jetzt muss ich mich immer selber sortieren, weil es war wirklich etwas kompliziert. Also, Leo kommt zurück aus Italien und sagt auch erst, ich will trotzdem nicht wieder mit dir tanzen, bla bla bla. Du tanzt ja jetzt mit der Lilly. Und es ist ja auch alles gut so. Der Lilly und Nico, denen geht es auch super. Die machen so Date Night mit Pizza mit Artischocken, Kapern und Thunfisch. Wäh? Voll lecker. Can we talk about that? Ja, voll gut. Artischocken, Kapern und Thunfisch. Das ist ja widerlich. Nee, finde ich nicht. Ich finde, es klingt ganz lecker. Ich glaube, jetzt bin ich auch gerade krank geworden. Das sagt die Pizza-Banane-Frau. Das ist ja was anderes. Das ist noch viel schlimmerer. Nee, das ist nicht schlimmere, weil Pizza-Banane ist mild. Das ist jetzt nicht so Artischocken und Kapern in so einem kranken Eigengeschmack. Und die sind so bitter und so. Bäh. Oh, Puppi. Die bin die Tatsliebe süß. Ja, ich bin eine ganz Süße. Aber ja, darum soll es natürlich nicht gehen um die Pizza. Aber das wollte ich natürlich mit dir besprechen, weil Pizza besprechen wir doch relativ häufig hier im Podcast. Immer, immer. Es ist auf jeden Fall so, dass Leo dann ja mitbekommt, okay, Lilly hat mich ersetzt als Tanzpartnerin und der ist ja auch nicht so begeistert, will sie sich aber zurückhalten. Dann geht sie aber einfach mal so tanzen. Und dann, weil sie das ja trotzdem machen will, also tanzen, nur nicht mit ihm. Und dann sagt der Nico, ach, können wir nicht mal bitte einmal kurz das zusammen durchgehen? Ich muss im Flow bleiben. Er hat sich vorher irgendwie mit der Lilly angezickt. Und dann tanzt sie doch wieder mit ihm und tanzen dann halt auch länger wieder zusammen, weil die Lilly sagt, irgendwie funktionieren wir als Paar, aber nicht als Tanzpaar. Aber nicht als Tanzpaar. Deswegen bitte bleib doch bei seinem Tanzpaar. Bei Leo. Du würdest unsere Beziehung damit retten. Oh mein Gott. Sie sagt ja nur Streit als Tanzpaar. Denn sie wissen nicht, was sie sagen. Ganz genau. Und dann ist es eben so, dass sie miteinander knutschen. Leo und Nico. Ja. Irgendwie ist dann wieder aber so, nee, nee, wir sind immer nur Freunde und das darf Lilly nie erfahren. Dann ist Lilly schon ein bisschen so, die hat ja schon so ein bisschen eifersüchtigen Weib, ein bisschen misstrauisch, auch zu Recht. Die hat wahrscheinlich ein Bauchgefühl. Und der hat sie ja auch schon mal irgendwie wegen der Eifersucht verlassen. Aber der ist ja auch jetzt nicht gerade ein treuer Typ. Und da ist es dann eben so, dass sie immer mit Leo redet und sagt, ja, ist denn da was zwischen euch? Ist was vorgefallen? Ist irgendwie was? Und Leo sagt die ganze Zeit, nee, 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 da ist nichts. Fühlt sich aber zunehmend schlecht mit jedes Mal, wenn Lilly ja fragt so. Lilly will dann auch beim Training zugucken. Das klappt dann aber natürlich gar nicht, weil die haben eben vorher geknutscht. Und dann ist es eben so, dass die beiden sagen, boah, komm, also sie schickt dann Lilly vom Training weg, sagt aber zu Nico, boah, wir können jetzt nicht mehr tanzen, bla, 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 ich hab so Hunger. Dann essen sie Pizza, gehen in die WG. Essen auch Pizza. Leo und Nico essen auch Pizza. Essen auch Pizza. Sie essen irgendwie immer Pizza. Siehst du die Parallelen? Ja, stimmt. Und dann habe ich geschrieben, pass auf, dann sitzen sie in der WG. Kannst du dir vorstellen? Nein, aber ich wirklich, das beschreibt diese Szene. Leo und Nico beschließen mal wieder, nur Freunde zu sein und haben dann natürlich Sex. Ach, komm. Also sie ziehen es nicht komplett durch, muss man sagen. Sie sitzen, sind so im Bett und bla, bla, bla. Und dann kriegt Nico einen Anruf, die Lilly hat den Schwächeanfall und ist im Krankenhaus. Die ist nämlich vor lauter Eifersucht und Misstrauen in die Tanzschule zurückgefahren, hat die da nicht vorgefunden, wollte aber Nico keine Szene machen und hat sich dann so stundenlang getanzt, bis sie vor Schwäche zusammengebrochen ist und im Krankenhaus gelandet ist. Oh nee. Also, ich meine, wir appellieren ja immer wieder an euch auch. Also wenn ihr so ein Gefühl habt, also ich meine, natürlich kann man, also manchmal bildet man sich es vielleicht auch ein, aber selten. Also in der Regel ist, wenn man sich so ein Gefühl hat, und was man gar nicht so erklären kann, ist meistens da schon was dahinter. Richtig. Aber stell dir mal vor, die arme Lilly, weißt du, jetzt nicht nur ihr Boyfriend, der sie belügt und betrügt am Ende, sondern auch sozusagen ihre neue eigentlich Freundin, die sich ja eigentlich auch echt gut verstehen, sagt dann auch die ganze Zeit, nee, nee, es ist nichts, es ist nichts und dann stellt sie raus, doch, 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 es war die ganze Zeit was. Das sagt halt die Leo auch die ganze Zeit so. Also sie fühlt sich ja ultra schlecht. Ja, aber macht trotzdem weiter. Also das ist doch lächerlich. Also Entschuldigung. Ja, die sagen die ganze Zeit, wir sind nur Freunde und direkt im Anschluss kannst du davon ausgehen, die machen jetzt gleich rum oder haben im Sex. Ja, aber genau deswegen, dann macht sie doch weiter. Ja, aber das war es jetzt doch nicht, ne? Ach Gott, noch mehr. Also es ist dann so, dass der Nico voll das schlechte Gewissen hat, Leo taucht im Krankenhaus auf, er ist richtig asozial zu ihr, der ist generell meiner Meinung nach einfach ein Arsch. Weil er ist zu Lilly scheiße, wenn er Leo will und dann hatte er jetzt Leo und jetzt ist er zu Leo scheiße, weil er jetzt wieder Lilly will. Also der ist wirklich asozial zu der und sie sagt ja, wir können ja nichts dafür, dass sie einen Schwächeanfall hatte. Klar, wir hätten nicht rummachen sollen und so, aber dafür können wir ja nichts. Und er ist schon so ein bisschen gefühlt, du bist schuld, dass sie einen Schwächeanfall hatte, du bist schuld, dass ich nicht bei ihr war. Natürlich. Ja, und jetzt pass auf, jetzt will Lilly vorübergehend in die WG ziehen, eigentlich offiziell, damit Nico sich um sie kümmern kann, aber inoffiziell, weil sie ihm die Geschichte nicht abkauft und sie das Ganze überwachen will zwischen ihm und Leo. Und das wissen quasi jetzt nur wir und das hat... Kein anderer. Och. Och. Also ich habe ja letztens nämlich was gehört und ich finde, da ist so ein bisschen auch was dran. Wenn man zum Beispiel, es gibt ja oft Leute, die irgendwie ins Handy ihres Partners gucken, weil sie irgendwie Verdacht haben oder was weiß ich was. Und du kannst dir ja eigentlich sicher sein, also du wirst im Handy deines Partners Dinge finden, die du nicht so geil findest. Weil in der Regel gibt es immer noch, gab es ein Leben davor, du siehst irgendwelche Bilder, irgendwelche Nachrichten, Nachrichten interpretiert man irgendwie, was weiß ich, was auch immer. Und deswegen... Deswegen weiß ich nicht so genau, was die Lili sich da jetzt erwartet. Also so... Ach, ja. Wahrscheinlich muss ich schwarz auf weiß sehen oder die beiden erwischen, um dann sagen zu können, okay, wow, ich habe es ja eh gewusst. Ja, das Ding ist, sie tut mir voll leid, weil sie macht sich die ganze Zeit selbst Vorwürfe und sagt, oh, ich sollte nicht so eifersüchtig sein. Die Leo meint es ja irgendwie nur gut, in Anführungszeichen. Die hat nur Angst vor der Choreo, die hilft mir und ich bin so eifersüchtig. Ja, leider nein, Lili. Lili, leider nein. Und vor allem ganz am Ende spricht sie nochmal, am Ende von der Woche spricht sie wirklich nochmal Leo drauf an, so, ja, ist da was zwischen euch? Und dann meint Leo so, boah, was bin ich für ein Mensch, dass ich so sie da anlüge. Ich mag sie auch total gern, sie ist ja auch inzwischen eine Freundin geworden, die ist so zuckersüß und lieb. Aber wieso ist sie denn da nicht ehrlich? Ja, weil sie, glaube ich, also Leo redet sich zumindest ein, ich sage nicht, dass es richtig ist, sie redet sich zumindest ein, dass sie ja dann die Beziehung zerstören würde. Das macht sie doch eh schon. Und das will sie ja nicht, wenn sie ehrlich ist. Und das mit den Küssen und so, das ist ja immer so... Huch, wollte ich ja gar nicht. Ja, 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 ja. Deswegen sage ich ja, überhaupt nicht, ich will da Leo jetzt in dem Fall ausnahmsweise mal nicht verteidigen, sondern ich meine damit, aber das ist der Grund, warum sie es nicht sagt, weil sie immer so ist... Na, schon klar, aber das ist ja phony, hoch zehn. Ja, klar. Also brauchen wir uns nicht weiter darüber aufregen. Ich muss sagen, eine Story hat mich diese Woche extrem verwirrt. Verwirrt? Ja, also. Und ein bisschen auch sauer gemacht. Pass auf, es war irgendwie, du wirst, ich sage dir jetzt erst mal die Namen als Overtopic. Und ich sage dir die Story. Jill und Dascha. Jill und Dascha. Naja, wie gesagt, aus letzter Woche Vorschau hätte ich ja so interpretiert, dass die irgendwie Party machen. Ja, genau. Das trifft es ganz gut. Also musstest die Sendung nicht mal gucken, du weißt es trotzdem. Ja, ich kenne die beiden einfach. Ja, es ist so, dass Jill halt immer noch krass Liebeskummer hat und Party macht mit fremden Leuten, kommt dann irgendwie zu spät und wird dann tatsächlich auch gekündigt von Anton. Die ist auch richtig asozial zu dem. Also er beurlaubt sie und sagt, er schickt eine Kündigung raus, weil die redet mit dem wirklich, also das geht nicht. So kannst du nicht mit deinem Chef reden. Aber was mit ihrer Ausbildung? Ja, das bricht es jetzt ab. Hat sie jetzt verloren. Da meinst du aber so, ja, ist voll geil, jetzt kann ich nur noch Party machen und so. Und Lucy, ausgerechnet, ist die Vernünftige. Ja, okay. So, dann fühlt sich sogar Ben so ein bisschen dafür verantwortlich, weil man merkt ja auch, dass es ihr irgendwie total schlecht geht. Ja. Und sagt, komm mit Boxen, macht so eine Boxstunde mit ihr und sagt, lass es doch da raus. Ja. Und das bringt aber irgendwie gar nichts, weil dann nimmt sie so, macht sie wieder Party, nimmt so Typen mit nach Hause, Fremde, die chillen dann da rum in der Wohnung, wo ja auch andere Menschen wohnen. Und Lucy sagt, boah, schmeißt die raus. Die kommt so irgendwie morgens und sagt, ja, schmeißt die raus, was soll das? Hier sind fremde Männer oder Jungs, ne? Und schmeißt die aber nicht raus, geht duschen oder sowas, geht schlafen, keine Ahnung. Ja, als sie wieder ins Wohnzimmer kommt, ist der Fernseher weg, Bargeld ist weg, Schmuck ist weg, Playstation ist weg. Ja, nicht so gut. Und dann ist Lucy halt wirklich sauer, will, dass Jill die findet, die findet die aber natürlich nicht, weil die weiß weder die Namen noch irgendwas. Und dann streiten die sich so krass, dass Jill tatsächlich ausziehen muss. Wohin denn? So, ganz genau, wo geht sie jetzt hin? Oh nee, da muss sie wieder in irgendeinem Zelt und irgendeiner Brücke schlafen oder sowas. Ja, mit Paco, hat es ja auch gerade nicht das beste, beste Verhältnis. Und ja, dann auf dem Weg so rumlaufend durch Köln trifft sie dann Hannes mit einem Kumpel. Unseren Hannes, den Lisa Dascher Hannes. Unseren Hannes. Der trifft auch alle, oder? Der trifft auch alle und geht mit dem ins Wohnheim, chillt da, lernt eben Dascher kennen und tut so, als wäre sie Studentin, weil alle gehen halt davon aus, so, ja, was studierst du denn? Maschinenbau? Und sie ist so, ja, könnte ja gleich noch raten und tut dann tatsächlich so, als würde sie Maschinenbau studieren. Alle sind voll beeindruckt. Und sie ist so, ja, ich will damit nicht so angeben und so. Oh no. Dann gehen sie, dann repariert sie denen noch das Auto und die sagen aber, ja gut, das ist weil sie Maschinenbau studiert und deswegen kann sie das. Fahren zum See, baden dann nackt und dann kriegt Jill mit, dass Maike die Cousine, in Anführungszeichen, sag ich mal, von Lisa ist und auch die Dascher kennt. Und dann ist sie so, fuck, jetzt kommt meine Lüge ja safe raus. Die schläft dann auch irgendwie im Wohnheim, also in diesem, in diesem, ja, in dem Wohnheim unten in der Lobby. Die schläft auf so einem Korb-Dings und dann kommt dieser Hauswart, der schon mal da war und meint so, hä, du gehörst dir aber nicht her, also sie gehören hier nicht her, wo studieren sie denn, bla 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 und will sie halt rausschmeißen. Und dann beschützt sie tatsächlich die Wohnheim-Crew und dann ist sie ehrlich und sagt, ja, bla bla bla, ich bin Kfz-Mechatronikerin gewesen, bla bla bla, hab kein Zuhause und dann darf sie tatsächlich bei Dascher einziehen. Aha. Ins Studentenwohnheim. Ah, super nett. Weil die jetzt, ja, und jetzt sind die da auch so voll die Crew und Dascher ist immer noch ein bisschen traurig wegen Hannes und dann sagt Jill, ja komm, wir gehen jetzt Party machen und dann klauen sie erst mal Rabeas Fahrrad, was ich sau asozial fand, ehrlich gesagt, weil, also es ist ja eine Sache zu sagen, okay, da ist irgendwie eine Spießerin, in Anführungszeichen, oh, die die Uni ernst nimmt, das ist ja was, was erst mal löblich ist, aber okay, sogar wenn man da mal sagt, naja, mach dich mal locker, ich finde es schon hart, ein Fahrrad von der einfach vor ihren Augen, nehmen die es so mit, sagen, ja, bringen wir es schon wieder zurück, dann werden die aber fast von einem Auto angefahren, das Fahrrad geht kaputt und dann ist da so ein Dude und der sagt, ja, ich gebe euch jetzt hier einen Fuffi für das Fahrrad und lade euch in meine Shisha-Bar ein, ich habe da nämlich eine Shisha-Bar und da könnt ihr Shisha rauchen und Champagner trinken, was die dann auch machen. Der Typ wird ein bisschen aufdringlich bei Dasha und dann rennen sie weg, aber Dasha hat ihm die Bauchtasche abgezogen von dem großen LV, ist die Bauchtasche, also von Louis Vuitton. Habe ich schon verstanden, danke, Benita, ich bin zwar krank, aber ich wusste nicht, ob ich es kopfkrank. Ja, ich wollte, du weißt, dass du das weißt, meine Lieben. Ja, aber wir machen doch keine Schleichwerken für Gucci, Prada oder Louis Vuitton. Du bist ja Madame Louis Vuitton praktisch, aber unsere, vielleicht weiß das nicht jeder in unserer Podcast-Community, wenn ich sage LV, auf jeden Fall, ja, egal, da ist Geld drin und Drogen, also haben sie einen Drogendealer beraubt. Oh nee. Du merkst schon, ja, das war es eigentlich mit der Geschichte, aber du merkst schon, es ist ganz schön wild. Das ist wirklich wild und vor allem, wenn du das so erzählst und ich mir auch gerade so vorstelle, also ja, theoretisch, praktisch sind ja Jill und die Studenten gleich alt. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht weil sie jetzt zu lang mit Patrick verkehrt hat, ist für mich Jill so eine Nuance älter. Ja, es könnte ja sein, dass sie ein Jährchen älter ist, glaube ich, aber ja, die ist halt am Ende, ich meine, ihre Ausbildung, die hat halt davor auch im Hotcat gearbeitet und so, aber die war ja schon auch, die ist ja schon auch super jung. Ja, die ist super jung, deswegen, ich bin mir sicher, dass die eigentlich ein Alter sind. Man vergisst das halt. Krass, ja. Weil sie auch zwischendrin so vernünftig war und jetzt ist sie so wieder richtig, die wilde Jill, aber ich fand halt, das mit dem Fahrrad fand ich irgendwie wirklich nicht cool und dass sie es dann auch weiß, dann ist es halt auch noch kaputt gegangen und ja, dann beklauen sie da irgendwie so einen Shisha-Barbesitzer, also, nee, finde ich auch, also man kann ja, die in der Jugend, weiß nicht, macht man ja vielleicht manchmal Unsinn, springt in irgendwelche Brunnen, die man nicht springen soll oder was weiß ich was, ist ja alles da, das tut keinem weh am Ende des Tages, aber irgendwie Leute beklauen, also ich finde das ein bisschen schwierig. Sie haben auch Bon geraucht am See, was ja auch nichts ist, was man irgendwie nachmachen sollte, aber damit verletzen sie wenigstens nur nicht sich selbst, nicht andere, aber bei, bei dem Drogendealer, kleine Spoiler-Warnung, haben sie sich wahrscheinlich mit dem Falschen angelegt. Oh, weil der kommt zurück. Dazu kommen wir später. Oh, oh, to be continued. Wir hatten doch gerade erst die Mafia und was weiß ich was und Jill ist doch sowieso schon im Drogenmilieu gewesen. Es gibt viele böse Menschen in Köln. Naja, ich möchte jetzt zwischendrin mal, ich habe noch zwei erheiternde Geschichten und dann kommen wir zu dem, der Geschichte, die dich aus den Latschen hauen wird. Ja. Also, erst mal Jan und Chico. Chico ist wieder zurück. Okay, bitte erzähl mir, warum die nackt im Taxi aufgegriffen werden. Ja, bitte. Genau. Ja, genau. Also, pass auf, ist eigentlich ganz kurz erzählt. Total dämlich auch. Chico ist zurück, Diego bleibt in Las Vegas, weil er da eine kennengelernt hat, anscheinend. Lori hat schon einen neuen und Chico ist untröstlich. Er ist nicht mehr sauer, auf Jan auf jeden Fall nicht, weil, ja, ist ja eigentlich schon Loris Schuld so und die ist eh jetzt kacke, aber er ist halt schon sehr traurig und Jan will ihn aufmuntern. Also nimmt er ihn mit zum Angeln mit Ben und dann sind da so kleine Schüler oder Studenten, die sagen, hey, können wir mal leise sein, wir wollen hier lernen. Mhm. So, erstens finde ich das generell schwierig, an einem öffentlichen Ort zu sagen, können wir mal leise sein. Du kannst dich nicht an Baggersee legen und dann sagen, oh, macht mal bitte die Musik aus Kids da drüben, finde ich. Mhm. Aber gut. Und auf der anderen Seite, Alika sieht das ein bisschen anders. Nein, tatsächlich, also ich finde, leise sein, wenn man sich nicht unterhalten soll, finde ich, kann ich nicht sagen. Musik nervt mich, ehrlich gesagt. Ich finde, Musik ist eine sehr große Geschmackssache und wenn der Typ drei Meter von mir entfernt irgendwie jetzt hier Schlager hört, dann denke ich mir, oh Leute, ganz ehrlich, ich finde Schlager einfach nicht toll. Oder, also da bin ich ja voll bei dir, es nervt mich auch, aber da musst du mir halt irgendwie mitrechnen bei einem öffentlichen Ort. Ich sage ja auch immer zu meinen Nachbarn hier im Haus, dann ziehe nicht in ein Haus mit mehreren Parteien, wenn du es nicht ertragen kannst, dass hier andere Leute wohnen. Oh, Benita ist ganz hier so. Okay, erzähl weiter. Also jedenfalls, ich bin kein Fan von meinen Nachbarn. Also nicht von allen. Greetings gehen raus, ein paar sind okay. Also, alles klar. Auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, dass diese Jungs auch schon ein bisschen provokant sind und sind so, wie könnt ihr so laut sein, der eine könnte mein Vater sein. Damit meint er nicht Ben, damit meint er Jan. Und dann sind die so, jetzt machen wir erst recht Krach, ziehen sich nackt aus und gehen schwimmen und was passiert natürlich? Die Jungs klauen die Klamotten. Und dann werden sie von der Polizei angehalten, aber passiert nichts weiter. Chico darf dann Klamotten für alle holen, da sind sie schon im Haus. Ah, okay. Also hat es nichts zu tun gehabt mit der wilden Studentenparty? Nee. Schade. Aber jetzt mal nur so eine Frage beim Fischen, also wenn man fischen geht, also wenn man ernsthaft fischen geht und also mit der Absicht, einen Fisch zu fangen, muss man doch auch leise sein. Das habe ich nämlich auch gesagt, aber mein Freund meinte, das ist nicht so schlimm. Echt? Kann auch so klappen. Ich kenne immer so den Mythos, dass man, also so Szenarienpaar ist beim Fischen und die Frau sagt nur irgendwas und der Mann sagt, jetzt ist der Fisch weg. Ja, ja, eben. Ich kenne es auch nur so, dass man ganz ruhig sein muss. Deswegen dachte ich auch immer, das ist kein Hobby für mich. Ja, Benita, dann können wir doch zum Fischen gehen. Ja, können wir doch zum Angeln gehen, Anika. Voll gut. Also mein Freund meinte auch so, boah, das ist ja so dämlich, er wird es ja nie machen. Er hat ja immer panische Angst, dass wir beklaut werden. Auch in einer Hotelanlage hat er so Angst, dass unsere Strandtasche mit Handtüchern und Buch und Sonnencreme, also wirklich essentielle Dinge und teure, wertvolle, genau. Dass die geklaut wird, dass er das immer mit uns rumgeschleppt hat. Das war so peinlich. Er wollte abwechselnd mit mir baden gehen. Er wollte keinen Scheiß abwechselnd mit mir baden gehen in unserem romantischen Urlaub, weil er Angst hatte, dass er uns die Tasche geklaut wird. Wir sind hier in einer Hotelanlage. Die hat ein paar Sternchen, das passt schon. Nee, nee, also weiß man ja nie. Der meinte, mir wäre das nie passiert. Safety first. Ja, ja. Ja, okay. Aber mehr kann ich dazu ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ja, Chico ist back auf jeden Fall. Und dann noch ein kleines Bit von zwischendrin. Eine Kundin im Hostel macht Marc an und Jule kommt auf die glorreiche Idee. Sie fand es dann irgendwie so, aha, wurde irgendwie angemacht von der, war nicht so richtig eifersüchtig, sondern dachte so, er ist ja auch so ein sexy Typ und hat dann so ein Rollenspiel inszeniert, wo sie selber in einem Zimmer auf ihn gewartet hat und war dann so, ach, ihr Service ist so schlecht, wie machen sie das denn jetzt wieder gut? So. Blöd nur, dass als sie fertig waren mit dem Geschnachsel, George mit einem Gast reinkam und meinte, ja, das ist ihr Zimmer. Oh. Die haben sich zwar gerade noch versteckt, aber George hat schon gesehen, dass das Bett irgendwie zerwühlt ist. Meinte dann, oh, Entschuldigung, hier war wohl der Room Service noch nicht. Das tut mir total leid zu dem Gast. Und dann mussten die irgendwie über die Feuertreppe abhauen, weil davor ja George stand und die wollten nicht, dass er die sieht. Und dann kam die Polizei ins Hostel, weil der Nachbar gesehen hat, wie Menschen auf der Feuertreppe Sex haben. Oh. Und dann haben die wieder weiterhin so getan, als wüssten sie nicht, wer das war. Und haben dann, George und Maike haben dann noch aber Jules BH gefunden. Und dann haben Maike und George auch eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, haben die aber noch so ein bisschen verarscht. Und dann waren Jule und Marc sehr betröppelt, aber es war sehr lustig. Aber das ist ja, wie du die ganze Zeit sagst, also wie unprofessionell ist denn das, dass die alle dieses Hostel als persönliches Wohnzimmer benutzen? Ja, George hat wenigstens noch so sein eigenes Apartment da. Ja, genau. Das ist ja was anderes. Aber du kannst ja nicht einfach ins Zimmer gehen. Okay, aber einfach diese Zimmer. Du zahlst ja auch die Leute, die das putzen. Und das ist auch irgendwie asozial einfach. Also da, ja. Ja, aber Jule, das ist so lustig. Weil Jule ist ja eigentlich sonst immer so extrem spießbürgerlich unterwegs. Und manchmal reitet sie es dann wie mit den Dildos. Das fand die auch lustig. Und jetzt so ein Rollensex-Spielchen. Da ist sie dann plötzlich dann doch am Start. Das liegt vielleicht an den neuen Haaren. Vielleicht. Die sind auch ein bisschen wild. Ja, finde ich aber geil. Da habe ich Carolina schon zugeschrieben. Finde ich richtig geil. Echt? Aber ich liebe ja Locken. Aber ich muss ja sagen... Also eher eine saure Welle, ihr. Ist eine Welle, ja. Ist eine Dauerwelle. Ja. Aber ich fand es so unfassbar witzig einfach. Du hättest es sehen müssen, wie Jule da stand und meinte, ja, also Maike so, hä, hast du kein BH an? Und Jule so, hä, nee. Frauen müssen nicht immer BHs tragen und so. Und Maike so, ja, ja. Das stimmt natürlich. Stimmt schon. Ist okay, ist okay. Wollte ja nichts gesagt haben. Ja, das war wirklich sehr, sehr lustig. So, Annika. Ich weiß, du sitzt schon auf heißen Kohlen, ne? Sagt mir, dass Oskar zurückkommt. Ach so, nee. Das weiß ich nicht. Der kam nicht. Aber Sammy und Rico. Oh, ja, die natürlich. Die gibt es ja auch noch. Die Bombe ist geplatzt. Pass auf. Rico war ja auf der Flucht, kam dann zurück, hat Sammy wieder, die war, bitte, verlass mich nicht wieder, ich war so einsam. Und sie sagt dann, okay, ich schlafe doch mit Matteo, Hauptsache du bleibst hier und kannst hier bleiben, bist nicht auf der Flucht. Ich sage das in Anführungszeichen. Sam taucht aber auch zweimal im Loft auf und sagt, boah, ich habe doch gesehen, dir geht es nicht gut und red doch mit mir. Aber Sammy vertraut sich ihr fast an, schickt sie dann aber wieder weg, weil Rico auftaucht. Und tatsächlich hörst du, wie Rico diese Woche mit Matteo redet und der sagt, ja, ganz ehrlich, dieses, also diese Woche wird sie eine Hure, freiwillig oder unfreiwillig. Also wenn sie diesmal, würde er sie vielleicht auch vergewaltigen. Ja, so habe ich das verstanden zumindest. Und dann fährt er sie tatsächlich zu dem Hotel wieder. Matteo ist da, aber auch zwei andere, ein Typ und eine andere Frau. Und Rico sagt, ja, ja, das passt schon, bla bla bla, hier, das ist ja nicht schlimm. Und dann geht der und dann erinnert sich aber Sammy da an, wo sie die Frau schon mal gesehen hat. vor Ricos Tür, auf irgendeinem, bei irgendeinem Anruf, keine Ahnung, das war nämlich die Ex-Freundin von Rico. Die, wo er gesagt hat, das ist meine gestörte Ex-Freundin. Das ist meine psychische Ex-Freundin. Sie erinnert sich an die und sagt dann, oh mein Gott, geht jedes von Ricos Freundinnen für ihn auf den Strich. Mhm. Und dann wird ihr plötzlich alles klar. Es fällt ihr wie Schuppen von den Augen. Ja. Und dann schließt sie sich ins Bad ein. Ja. Dramatischerweise weiß sie Sams Handynummer auswendig. Ich wäre richtig aufgeschmissen. Ich auch. Ich könnte meine Eltern anrufen. Doch, mein Papa. Ja, ich kann die Handynummer von meinem Papa. Sonst, das war's. Also Festnetz noch. Ja. Da könnte ich anrufen. Und die wird dann aber in der Zeit, als sie ruft Sam an und Sam kommt mit der Polizei in das Hotel. In der Zeit wird sie aber schon aus dem Bad irgendwie rausgezerrt und aufs Bett geschmissen und fast angefasst. Aber die Polizei kommt noch rechtzeitig und Sam und Maike sind dann für Sammy da. Sie holen sie da praktisch raus. Endlich. Rico redet mit der Polizei, sagt so, ja, die ist da voll freiwillig reingegangen in das Hotelzimmer und so. Dann geht Sammy zu ihm und sagt, das war nicht freiwillig, du hast mich nur benutzt. Und dann sagt Rico so, hä, nee, wie willst du mir das nachweisen? Du bist ja freiwillig da hingegangen. Er meint sie, nee, er hat mir das vorgelogen und bla. Und dann ist Sammy heulend bei Maike und Sam, sagt, ja, es tut mir so leid. Danke, dass ihr trotzdem für mich da seid. Die sagen natürlich, ja, klar sind wir trotzdem für dich da. Wofür hat man Freunde? Ja. Aber Sammy, die leidet so darunter, dass sie tatsächlich in der Nacht aufwacht, von Albträumen geplagt und sich ans Fenster stellt und springen will. Uh, die will sich umbringen. Ja. Maike hält sie aber gerade noch so auf, aber ihr geht es wirklich nicht gut. Sagen wir es mal so. Krass, oder? Das ist heftig. So eine krasse Szene. Oh Mann. Oh, da kriege ich ja Gänsehaut. Das ist nicht gut. Aber ich, also eher so, man muss mal sagen, also ich bin froh, dass sozusagen das endlich, also tatsächlich die, wie du sagst, die Bombe geplatzt ist, dass sie aufgewacht ist oder beziehungsweise gecheckt hat, was wirklich Sache ist, dass der Typ einfach der schlimmste Manipulator unter der Sonne ist. Aber kann die Polizei jetzt da irgendwas machen? Bei dieser Loverboy-Nummer? Also ich weiß aus der Vorschau, dass Rico auf jeden Fall jetzt noch nicht im Gefängnis ist. Okay. Ich weiß es nicht, ob man da was, also normalerweise sollte man was machen können, aber da müssten wahrscheinlich sich die Frauen schon irgendwie auch zusammenschließen oder so. Momentan steht ja ihr Wort gegen seins. und hauptsächlich der Matteo ist der Böse. Ja, weil er der Kunde war. Weil der ja die Samy angefasst hat. Und noch sind da ja die Verhältnisse gar nicht klar. Also Samy hat auch noch keine Aussage, glaube ich, gemacht und so. Ja, ja. Also es ist schon super krass, ne? Ja, und vor allem die Samy, die eigentlich, wie gesagt, ja so tough ist und jetzt hat sie sich auf so einen Typen eingelassen und dachte ja, glaube ich, wirklich, das ist es so. Ja. Und dann stellt sich raus, ich habe dich geliebt. Der hat dich von vorne bis hinten einfach nur verarscht und ausgenommen und missbraucht ja auch. Ja, aber immerhin hat sie nicht mit irgendjemandem geschlafen für Geld. Ja, zum Glück. Sie hat vorher noch die Reißleine gezogen. Ja, und auch sie hat es nicht mitgemacht insgesamt. Es hätte ja auch sein können, dass wir jetzt die quasi an den Strich verlieren, aber das haben wir jetzt nicht. Haben wir nicht. Zum Glück. Krass, ne? Ja, krass. Ja, Annika, das war sie tatsächlich mit der Woche. Ei, ei, ei. Viel passiert. Ja, wirklich. Also, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja den Chris da und ich überlege immer, hm, der hat ja gemeint, er wollte extra für diese Rolle auch zu Köln. Ob der jetzt wohl wieder geht? Ja, aber hoffentlich nicht, ne? Na, hoffentlich nicht, aber wiederum andererseits hoffe ich schon, dass die Kölner Köln 50667-Polizei endlich mal irgendwie was macht und den irgendwie hinter Schloss und Riegel bringt. Ja, aber wir wollen doch die Love-Story. Ja, also ich glaube allmählich nicht mehr an die Love-Story, weil, also ich wünsche Sammy keine Love-Story mehr, weil, ähm, ganz ehrlich, also jetzt mal Benita, Frage an dich. Ja, nicht Sammy. Nicht mit Sammy. Sondern? Der soll sich ändern für eine andere, keine Ahnung. Nee, also ich... Cleo. Nee. Nee, also ich kann dem, glaube ich, das jetzt, also was er gerade jetzt, was er die letzten zwei Wochen gemacht hat, nicht mehr so verzeihen, dass ich sage, ja gut, dann wird er jetzt plötzlich ganz anders. Ich weiß nicht, kann ich gerade nicht. Das kann ich auch verstehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Kategorien. Ich habe ein Zitat für dich. Das Zitat der Würre. Ja. Das habe ich versucht wirklich, wusste ja, du arme Maus, du bist krank und du hast es nicht gesehen. Das ist ja viel schwieriger. Also habe ich versucht, was zu nehmen, wo man sich's vielleicht denken kann. Aber ich denke ja oft, dass meine Zitate leicht sind. Also, ich sag's einfach mal, okay? Bitte. Du führst dich auf wie so eine Helikoptermutter. Also, das sagt jemand zu Maike offensichtlich. Und damit hast du schon 100 Punkte, weil du kannst ja nicht wissen, wer. Nee. Das sagt entweder Dasha oder George oder sowas. Jan hat's gesagt. Jan hat's gesagt, okay. Der weiß es ja nicht, dass sie nicht wirklich die Mutter ist. Das ist ja noch witziger dann. Das war ein bisschen witzig. Aber dann meinte sie nämlich so, ja, Jan hat ja schon recht, aber er weiß ja auch nicht, dass ich wirklich Lisas Mutter bin. Aber so hat er das ja nicht gemeint. Aber der Jan weiß doch auch nicht Bescheid über diese Muttergeschichte, oder? Genau, der weiß es eben nicht. Ja, aber der Jan ist doch eigentlich Maikes bester Freund. Das finde ich ein bisschen sad, auch, dass der das nicht weiß. Ja, ich glaube, ja, das stimmt schon. George weiß es so. Ja, George weiß. George hat jetzt mit Maike zusammen das Hostel und weiß über ihr krasses, privates Geheimnis Bescheid. Na toll. Ja, aber vielleicht, kommen wir gleich zu, hat Jan ja auch bald mal Glück. Oh. Aber zuerst würde ich sagen, du hast 100 Punkte und wir kommen zu Gewinner und Verlierer der Woche. Okay. Möchtest du auch einen Gewinner und Verlierer benennen? Ja, bitte. unbedingt gerne. Ja, dann mach das so. Also, mein Verlierer der Woche ist Rico. Ja. Weil einfach, also ich bin froh, er hat bekommen, was er verdient, aber er ist, finde ich, so grundsätzlich der Verlierer der Woche, weil, ah, das ist also nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und meine Gewinner, Gewinnerin der Woche ist heute einfach mal, also, weiß ich auch nicht, kommen wir jetzt gerade spontan, Jule, weil ich gut finde, dass sie mal so ein bisschen aus sich rauskommt. Okay. Okay, finde ich in Ordnung. Also, Jule würde ich zwar nicht unterschreiben, weil ich finde es ein bisschen arg unprofessionell so, aber ich weiß schon, was du meinst. Also, was der Gewinn an ihr ist. Ja. Und ich meine, du bist ja auch krank, ist Spaß. Du darfst das. Meine Verliererin ist tatsächlich Jill, weil ich hatte gehofft, in einem Frikot und ich fand es einfach, also, ich fand Jill, die war diese Woche wirklich, das hätte zu hören sollen, wie die zu Anton war und zu Lucy. Voll der Absturz die Woche. Ja, voll erschreckend. Fand ich nicht cool. Nee, verstehe ich. Und meine Gewinnerin auch, Frauenpower, ist Sam. Weil sie wirklich drangeblieben ist und Samy dann auch gesagt hat, sie meinte einmal so, während Rico sie praktisch so rausbugsiert hat, meinte sie so, Samy, egal was du jetzt zu mir sagst, du kannst dich immer bei mir melden, wenn du mich brauchst. Das ist schon gut. Dachtest du, ja, weil das brauchte Samy. So, ja, ich weiß, ich hab bei dir eigentlich verkackt, aber ich darf mich trotzdem melden. Ja, das finde ich, und das muss man jetzt mal auch mal ganz klar sagen, also wir haben ja, als sie mal sozusagen eine Zeit lang sehr unsympathisch war, die Sam, waren wir ja auch sehr hart zu ihr. Haben wir gesagt, dass wir es blöd finden, die Sache mit Patrick und das war ja alles so ein bisschen und auch letztens so, manchmal in Sachen Patrick finde ich sie immer noch ein bisschen doof, aber insgesamt muss ich sagen, für Samy, also ist sie echt eine richtige Freundin und da hat sie sich so korrekt verhalten und so gut, also das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. Ich auch und deswegen, Props gehen raus und vor allem auch, weil ich die Diana so ja richtig gerne mag, freue ich mich, dass sie auch mal eine sympathische Part spielen darf. Total, das finde ich auch, das stimmt, da hast du absolut recht. So Annika, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Ja bitte, also Jan verliebt sich nächste Woche, so geht es nächste Woche weiter. Genau und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder ganz fit und ich auch und wir können zusammen Kaffee trinken. Ja. Und quatschen. Aber nächste Woche wird es spicy, weil du hast schon gesagt, also Jan kocht entweder nochmal im Hostel oder wird zumindest als Hostelkoch von George bezeichnet und da ist eine Gruppe Mädels, die findet das ja ganz toll und plötzlich steht eine nackt vor ihm in der Küche. Nackt? Die zieht sich aus und sagt, das hat denn Jan eigentlich für ein Glück, dass sich die ganze Zeit irgendwelche Frauen ausziehen und die ihm quasi an den Körper werfen. Ja, einfach weil er vielleicht ein cooler Typ ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mal eine Frage, also fändest du das wahnsinnig, also soll ich sagen, toll, keine Ahnung, du bist Single und plötzlich steht ein Typ nackt vor dir? Würdest du das als extra Kompliment bezeichnen und sagen, oh, total toll, komm her? Bin there, done that, got the T-Shirt. Okay, okay, Ich fand es jetzt nicht besonders toll. Das ist mir schon passiert. Du hattest das schon mal? Ja. Benita. Die Geschichte hebe ich mir für nächste Woche auf. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Benita. Ich war immer jung. Ja. Und wild. Naja. Okay. Aber dazu mehr nächste Woche. Aber was auch bei Köln passieren wird nächste Woche, die Lilly will Leo verkuppeln mit einem eigentlichen Kumpel von Nico, aber der findet das offensichtlich gar nicht so toll und haut dem sogar am Ende irgendwie eine rein. Dem Nico? Dem Kumpel von ihm, der dann mit Leo... Ach, der Nico findet das nicht toll. Ja, der Nico findet das nicht toll. Ja, weil er eifersüchtig ist. Ja. Genau. Dann, der nervt mich auch, sag ich dir ganz ehrlich. Dann will Rico Sammy zurück und sagt, ja, du und ich, wir brauchen uns doch und ich hab dir alles bezahlt. So, switcht wieder. Und, was ja klar war, dass das irgendwie noch Nachspiel hat und der Drogendealer, den Dasha geklaut hat, den mit der LV-Tasche, geht auf die Suche nach ihr im Studentenwohnheim. Oh. Ja, also es wird wieder kriminell. Aber wer hat denn geklaut? Hat die Dasha geklaut oder die Jill? Dasha hat geklaut. Dasha hat geklaut. Oh Gott, und dann auch noch Dasha mit ihren rosen Haaren ist jetzt auch nicht so ganz aus einer großen Masse herauszuhalten. Guter Punkt. Er sagt nämlich auch so in der Vorschau, ja, wo ist denn Dasha, die mit den rosen Haaren? Ah, ja. Okay, das ist wie so ein bunter Hund. Den kennt jeder. Ja. Ja, das ist, was nächste Woche passiert, Annika. Hei, hei, hei. Jetzt muss ich gleich niesen, Frau Lauter. Also es klingt spannend und es klingt, als würde es nächste Woche nicht unspannender werden, vor allem als diese Woche. Genau. Und deswegen, Leute, bleibt dran. Ihr wollt ja wahrscheinlich auch meine Story hören, wie ich euch kenne, ihr neugierige Nasen. Annika, sie ist auf jeden Fall schon ziemlich gespannt. Wir wollen alle hören, wer Benita wann und in welchen Umständen plötzlich nackt beglückt hat. Beglückt ist ein hartes Wort. Ja, also nicht so beglückt, wie ihr jetzt gerade denkt, sondern einfach nur vor ihr Stand. okay. Genau, das erzähle ich euch nächste Woche und wir reden über die Woche von Köln 50667. Bis dahin, gute Besserung, Annika. Schönes Wochenende euch. Herzlichsten Dank fürs Vortanzen, Vorerzählen und vor was auch immer. Immer gerne. Ich wünsche euch auch allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bye, bye.